So, ha, Moinsens meine lieben Freunde, wie ihr höchstwahrscheinlich gerade seht, jo, vielen Dank für die Information. So, wie ihr gerade seht, bin ich hier in einem Internetbrowser und wie ihr wahrscheinlich auch seht, habe ich jetzt gerade ein neues Video hochgeladen und zwar genau dieses und ich werde euch jetzt mit euch mein Profilbild ändern. So, Datei auswählen, wir scrollen runter, 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 Greening Icon 1, das ist jetzt offiziell mein neues Icon, Änderung speichern, oh, es hat geklappt, es hat verdammt nochmal geklappt, meine Fresse, ich habe es jetzt endlich, Internet ist jetzt da, ist zwar ein bisschen langsamer als damals, aber es ist da und genau das ist ja schon mal vorteilhaft, Änderung speichern, habe ich gesagt, so, jetzt sehen wir hier mein neues Profilbild, so, wartet, dann gehe ich mal kurz hier oben rein, Abos, 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 hier seht ihr, also es lädt eigentlich ziemlich schnell, es passt schon und ich habe ewig lang nicht mehr geguckt, ich habe jetzt so viele schöne Sachen zum gucken, Penis, so, hi, ich bin back, sehr schön, er war also auch weg, so, jetzt gehen wir mal kurz auf meinen Kanal, ich habe 45 Abonnenten, dafür danke ich euch auch, Leute, danke für diese 45, ich mache ein 50er Abos Special, höchstwahrscheinlich und ich werde ein 100er Abos Special machen, was ich da mache, werdet ihr schon noch erfahren, aber momentan bin ich einfach mal froh, dass ich jetzt schon wieder Internet habe, das heißt, wir sehen uns, wir sehen uns demnächst irgendwann, höchstwahrscheinlich mal wieder, was heißt, wir sehen uns demnächst, wir hören uns auf jeden Fall, denn ich bin jetzt wieder back, bedeutet, ihr habt wieder mich, also Leute, bis dann, adio.